Aber der Euro, wie wir ihn haben, ist ein Kunstprodukt der Politik und die Politik hat noch nie Wohlstand erwirtschaftet. Der Wohlstand kommt von Leuten, die mit Passion sich den Arsch abarbeiten, die in der Lage sind, Leute zu motivieren, wenn viel zu tun ist, auch am Samstag zu arbeiten. Da kommt Wohlstand her. Doch nicht von einer schwachen Figur, die Staatssekretär ist und in Berlin oder irgendwo in Brüssel an einem Schreibtisch sitzt. Der kann doch nichts. Das ist die Wahrheit. Und was so erschreckend ist, ist, dass man früher solche Diskussionen öffentlich geführt hat und dass das nicht mehr wünscht ist. Und dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, da muss ich leider Ihre Branche ansprechen, das total versagende Journalismus ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie viele Ihrer Kollegen, ich spreche nicht Sie persönlich an, wie viele Ihrer Kollegen, wie viele Ihrer Kollegen in den öffentlichen Medien eines Tages mit einem guten Gewissen sterben wollen. Ich weiß es nicht, wie die das fertigbringen wollen. Denn der Selbstbetrug geht nicht bis in die letzte Stunde. Ganz kurz, ich glaube, ich muss Ihnen mal ganz kurz darauf achten, was Medien benutzt. Ich will jetzt gar nicht die Medien in große Mode verteidigen, aber Sie haben natürlich auch als Mediennutzer die Chance, alternative Medien zu nutzen und zu lesen. Ich meine, das ist ja der Vorteil dieser neuen Welt, Digitalisierung, dass es da wesentlich mehr Optionen gibt, als es früher gab. Ja, das ist völlig wichtig, aber die kommen sozusagen von der Außenschiene. Es ist doch eine Unverschämtheit, ich spreche ja nicht über Ihr Organ, aber es ist doch eine Unverschämtheit, dass sozusagen, wie heißen die beiden Sender ARD und ZDF, auf die sich aus Gewohnheit die Bevölkerung verlässt, dass da eine gewisse Objektivität ist und die stelle ich in Frage. Ja, da bin ich mit Ihnen d'accord. Ja, aber diese Aussage, ich meine, die Decke müsste jetzt hier runterkrachen. Es ist doch erschreckend, dass wir sitzen und sagen, ja, so ist das. Das ist doch eine Unverschämtheit. Bei den öffentlichen Medien ist es natürlich auch so, dass die Räten natürlich auch in der parteipolitischen Proporz besetzt werden. Also insofern glaube ich, man muss sich selber, privat, jeder auf seine Weise wetterfest machen. Die alten Regeln gelten weiter. Bleiben Sie lieber gesund als krank. Können Sie was? Wer nichts kann, nichts gelernt hat, hat es schwerer. Und man muss bereit sein, mit Änderungen zu leben. Und man darf sich nicht krampfhaft zu sehr an Dingen festhalten. Dann geht halt mal die Hälfte verloren. Aber wenn man den Verstand beieinander hat und guten Mutes ist, es muss rumpeln. Es muss rumpeln. Und die Frage ist, wo rumpelt es zuerst und wie? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine intelligente, nachwachsende Generation von uns Leute, die jetzt 15 sind oder 25, dass die diesen ganzen Mist, der hier produziert wurde, dass die den einfach so weiterschleppen, sondern spätestens dann werden Leute kommen, die einfach sagen, jetzt sagen wir mal die Wahrheit, ja, und dann gibt es das nicht nur in einem Land, sondern in vielen Ländern und dann wird tabula rasa gemacht. Ist doch logisch. Schulden sind doch nur Schulden, echte Schulden, wenn es einen Tilgungsplan gibt. So, es gibt keinen Tilgungsplan. Die Schulden, die da draußen sind, zahlt kein Mensch je zurück.